Die hierzu erwerbende neuwertige 3-Zimmer-Terrassen-Wohnung befindet sich in Soling-Oligs auf der Höhe Meerscheid. 2005 wurde das Wohnhaus erbaut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Terrassenwohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 83 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 209.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Das ist das Haus. Bis zum nächsten Mal.